Mushti Majurasana, der Pfau auf Fäusten, ist eine große Herausforderung für das Gleichgewicht und für alle möglich, die Handgelenksprobleme haben. Schaue Nila Kanta von Yoga Vidya Berlin zu. Wenn du das lernen willst, dann besuch doch mal Kurse bei Nila Kanta bei Yoga Vidya Berlin. Beim ersten Mal wirst du vermutlich nicht gleich diese fortgeschrittenen Asanas lernen, aber Nila Kanta ist immer bereit, auch Menschen, die was Fortgeschritteneres üben wollen, auch zu zeigen, wie es geht und sie damit zu inspirieren, vor allen Dingen auch dafür Energie zu geben. Schaue Nila Kanta